Lange doch gedauert Und viele Bäume ich hab Ich glaub ich brauch einen weiteren Holzfäller Nicht dass ich nachher Überpopulation an Bäumen habe Holzfäller brauchen wohl Äxte, ne? Ja, das kann ich gerade auf dem Misch- und Metallwaren-Ding oder sowas bauen, ne? Ja, Schlosser, der braucht aber Eisenbahn Und Holz Ja, ich borde ihn einfach schon mal Ich muss den noch nicht anschließen Ich muss den noch nicht starten, ich mach einfach dann Produktion still Bei mir läuft die Produktion schon voll Gas Naja, fast Ich muss mal pissen gehen, ey So, okay, langsam läuft meine Produktion sogar Doch noch ein 2.6, ey, was ist das denn hier? Das ist aber, sieht ja genug Zeit zum Stimmt, ne? Weißt du, aus Prinzip fang ich jetzt schon mal an, ne Eselzucht zu bauen Bist du bescheuert? Hast du sprach Die musst du vor allem mit Weizen versorgen, ne? Das war ein Scherz Ich wollte eigentlich ein Schloss bauen, aber ich hab's nicht zur Auswahl Ja, war nicht zu nah an einem anderen Schöne Statistik Was? Ich hab die Statistik schon mal angeguckt Wo ist denn die? Äh Statistik, Statistik, Statistik Äh Inventurwerkzeuge wohl Ah Statistik, Statistik Rot, ja, rot ist sehr weit oben Blau stagniert, wunderbar Einwohner, oh, Einwohner sind wir recht gleich, muss ich sagen Waren Ich bin weiß, ah Geil, ich bin in der Mitte Was? Ich hab nur Mittel? Aber du hast die meisten Waren, Delphino Ach, toll Ich hab wohl nicht so viel gebaut, ne? Die Produktivität Der Weiß Guck dir mal Produktivität Weiß an Geil Die Skull ist runtergegangen, dann ist sie wieder hochgegangen Und jetzt bin ich jetzt immer noch der Letzte Besicht der Gegner null Delfinio, wie kann das sein, dass deine Produktivität höher als meine ist? Ah, jetzt geht's ja runter, okay Ich wollt grad so sagen Meine liegt auch ab, ich will nicht, dass meine Produktivität absinkt Wir haben so viel Gold Ihr habt Gold? Was? Wie, wie, was? Wie geht auch für dich jetzt raus, was der Gelehrte mir gesagt hat? Was? Wo kann ich... Achso, der Gelehrte schreibt mir das alles, oder was? Geboot? Wasser gefunden Klick mal bei Gebäude drauf und guck mal, was da steht im Text Geboote Einwandfrei Landesgr Ist das jetzt einfach, dass es richtig war? Militrmacht Geboote Produktivität Produktivität Ey, kann sein nicht, dass das komische schwarze Schild bedeutet, dass da Kohle ist? Das sagt dir doch auch unten die Post Und ja, das ist Kohle So mein Stein, muss fertig, jetzt rein hier als nächstes bauen Sechwerch bauen, das geht's doch ja nicht Ah, das Notfallprogramm wurde deaktiviert Aha Ich muss auch irgendwo hier ein Sechwerchchen bauen So langsam habt ihr keine Chance mehr Ja, ich zittere schon Ich... Ja, das ist die Kohle Schilder, oder? Ja, aber ich kann noch was drauf bauen Ich will auf die Kohle Schilder was drauf bauen Ja, wahrscheinlich weil dein Weg dabei steht Es geht doch ein wenig lieber, wo diese vier Schilder sind Da kannst du bestimmt was hinbauen Ja, ich kann daneben was bauen Ich geh mal aufs Klo Delfino, greif ihn nicht an, ne? Ich greif ihn an, ja, ok Wenn du nicht angreifst, dann bring ich dich um Ich baue auf meine zweite Festung Meine erste Festung Und ich hab ein Wachturm, ich werde mich nicht fragen, ihn einzusetzen Greif dich mit Bauernleuten an Dann bring ich dich um Mit der Mistkabel greif ich dich an Ich baue erst mal eine Waffenschmiede und baue schon eine halbe Milliarde Katapulse Hm, eine halbe Milliarde, ok Ich baue erst mal Katapulse ab, hier Und deswegen? So, am besten stelle ich das Katapult mal irgendwo hin, wo es auch was bringt Katapult hier entstellt Baaah Jetzt krieg ich nichts So weit das Katapult funktioniert, werde ich es benutzen, um sich zu bombardieren Aber das vorteilhaft ist, wenn du zu mir willst, musst du erstmal n'Honk vorbei Ach der Schau wie mit links Loppen, ich werde durchstehen wie hindurch in dich einmarschieren Prozent aber wir haben wir beide im Team so nicht ja und ich habe mir irgendwie auch keine Rohstoffe ja ich bin am Strand bin ich hier ist nix glaubst du etwa ich nicht die das Amt also ich bin es mitten am Strand da würde ich auf der Landschaft gesporten aber ich bin trotzdem dran ja ihr habt wenigstens so ne kleinen Berge wo ihr Rohstoffe drin habt ähm die Berge habe ich gefunden was er beschwert sich gerade als er keinen Rohstoff hat weil er am Strand gesporned ist tja und wir nicht ne also ich sitz super muss ich sagen ja du hast wirklich wirklich extremst du hast auch so einen komischen Sumpf du hast deine scheiß Bergmine scheiße ja ja der Sumpf ist aber scheiße wieso weil es da nix gibt ich kann nicht mehr was hinbauen aha ich habe Steine ich habe Holz ich habe Berg mit Eis und Kohle und ich habe noch mehr bei meinem neuen Wachhaus noch mehr wenigstens produziere ich genug Nahrung du hast einen Fischer ich habe schon neun Fische ja und bei mir sind die längst in die Minen gewandert bei mir noch nicht ich habe noch keine Mine fertig glaube ich ähm so wir haben eine Axt okay dann Hauptauswahl Werkzeuge so wir reduzieren mal Kohle gefunden Wasser gefunden wo hat der Wasser gefunden? irgendwo auf dem Land ich hatte suchen lassen und weiß nicht mehr wo ach da meint er nicht ähm ein Sperrturm reicht das zum Land erweitern? nein damit ziehste bloß näher toll ja ich habe das auch schon immer sinnlos gefunden ja meine Festung wächst ja meine Festung wächst die ist schon mal zu 0% du baust ne Festung? ja oh Gott koste doch nur Stein und Holz das ist ne Werft kann man Schiffe bauen? ja kannst auch Waren verschiffen und so Zeug kann man noch handeln mit seinen Gegnern? nein schade du kannst irgendwo anders an der Küste landen und neue Dings bauen aber eine Baracke reicht oder? ja es gibt Baracke Wachtstube Wachtturm und Festung also gut ich hoffe dass du gleich unten Arbeiter ah keiner läuft schon der Arbeiter und der Spitz hat keine Richtung Kohle wieder hey ich habe Lava gefunkt cool Lava? ja unten rechts auch eine sichtbare Karte bringt zwar nix aber ich wollte es mal erwähnen oh ich will da auch hin ich will da hin oder wohnen in der Lava hm hm du bist scheiße halt kann man da Vulkan hinbauen oder so? nein kann man da ein Geothermalkraftwerk hinbauen? nein aber wie kannst du damit Katapulten auf Feinde schießen die Lava? ernsthaft? ja ich bohr auch nen Katapult du bist ganz langweil deswegen baust du einfach mal irgendwelche Scheiße hier hin in der Hoffnung dass es was bringt warte die Festung erhöht ja auch meine Einwohnerzahl nein die hört sich von alleine muss ich irgendwas bauen damit mein Einwohner also gibt es hier kein Limit? keine Ahnung ich habe es nie ausprobiert wieviel die Hilfe man haben kann Basila 1 zeigt dann irgendwann nur noch unendlich oder so an oder 999 und es wird nicht mehr weniger wenn die Leute auf uns rauslässt ja das ist halt wenn wir sehr lange spielen und irgendwann brauchen wir die Leute halt auch nicht mehr und der Film hat dann keine einzige Land-Erweiterung nö aber kommt jetzt woher willst du das wissen das siehst du noch gar nicht ja das sieht man ja bei den Statistiken Landesgrenzen die sind bei ihm am niedrigsten ja ja geht jetzt los meine Einwohnerzahl steigt glaube ich am höchsten von uns Scheiße Moment aber es sieht so aus als würde ich zur Zeit dominieren ich glaube es sind alle gleich groß mein Gold ist immer noch auf null hey ich habe bei Waren endlich den höchsten Punkt erreicht ja ich gewinne nein doch meine Produktivität ist am höchsten und deine ist am niedrigsten Produktivität ja er braucht schon so einen unzündigen Scheiß oh ich möchte so eine halbe Milliarde Soldaten haben ja indem du ein Schmied baust und dort ein Eisen rein schickst und gut ist ja so und ich möchte jetzt einfach warte kurz in irgendeiner Versuch ursacht grad ziemlich heftige Legs wo die Schnee endauernd kommt und das Spiel kurz stehen bleibt und ich finde gleich Delfinio habe ich das Gefühl weil da laufen eben ziemlich kommst du da rauf weil da drei Soldaten statt einen in das Wachhaus laufen was ein guter Indiz dafür ist dass da ein Gegner in der Nähe ist ich setze immer ein Beobachtungsfenster hin dann kann ich immer sehen was da gerade passiert boah wer macht denn da gerade was im Inneren von euch ich nicht mein Rechner rechnet irgendwie keine Ahnung man rechnet irgendwie so ist die Flagge ist rot aber ich sehe immer noch keine feindliche Grenze verdächtig aber da ich jetzt eh keine Soldaten mehr hab zum Besetzen warum sind meine Grenzposten eigentlich so merkwürdig aus? wenn du scheiße bist keine Erklärung doch bitte gleich mal eine Erklärung oh ähm habe ich jetzt viele Angeln gebaut? na gut jetzt müssen wir gleich wieder runter drehen obwohl nicht viele Angeln haben wir jetzt ich will noch ein Wachturm bauen aber ich weiß nicht nur wo der war ich muss ein mittelgroßes Gebäude bauen bitte bauen Haus bauen äh Schmiber ich habe kein Wachtturm zur Auswahl das ist ent weil ich gleich zu nah an der Festung bin wachttur eigentlich ja das wäre gut nötig ja Wachttur wo ist denn Delfine? da muss doch hier irgendwas sein warum steck dich nicht? ich finde dich so oder so jetzt habe ich ein Wachtturm gebaut da baue ich den nächsten Wachtturm ein Ah ich sehe seine Grenze im Wasser Ernsthaft? ich sehe sie auch also wir wissen jetzt schon mal wo er ist jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie wir ihn am besten töten können was heißt ja wir? hast du da auch irgendwas mit zu tun? ja ich baue uns auf kann man eigentlich das Gegend jetzt Rohstoffen fahren? hm keine Ahnung nicht das ich wusste ich habe Eisen erst und ich habe Kohle aber ich habe wenig Kohle ich nehme alles schick mir alles wir finden uns im Server ab Delfino ey das ist so lahm von dir ne falsche Taste ja klar hat er halt Ernsthaft aufgegeben weil er verloren hat? ja nein doch nein garantiert nicht nein im Hintergrund gibt es doch so ein DOS Fenster das habe ich ja geschlossen ja 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 aber du jetzt einfach mal so nach hinten ja genau ja wirklich vor allem bestimmt bestimmt ich bin doch nicht mal im Vollbildmodus toll speichert doch dann können wir das wieder aufnehmen stimmt ich habe ja Autospeichern aktiviert gut dass du mich da drin erinnerst wie viel Uhr haben wir es jetzt? ja wie gesagt das war kein Absicht wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 23.32 Uhr oh bei 23.30 Uhr hat er gespeichert sehr gut ja blum Moment ich gebe da mal auf irgendwie funktioniert nicht ich beende das Spiel ok ich habe gerade festgestellt dass es mehr Speicherplatz braucht als gedacht was soll denn das heißen hä? jetzt schaust nicht rauszureden du willst keine Ahnung fimmst ordentlich Speicher soll man gar nicht glauben hast du wieder einen Raum offen? nein nein bleib ruhig ich habe doch einen Speicherstand ähm dann muss ich dir dann den Speicherstand schicken wenn ihr das mal macht gehe ich jetzt irgendwie keine Ahnung irgendwas sinnvolles machen wieso wir spinnen jetzt gleich weiter ja aber jetzt musst du mir das komische Savegame schicken was muss ich das? da der viel nur eine Bambusleitung hat mit Graf Savegame list keine Savegames was glaubst du da? ist der Ordner saved und den packst du in deinem Root Ordner ja hab ich doch und wo ist das Problem? ja aber kein Savegame mach mal hast du einen Raum auf? nö was ladest du denn? muss es ja vorher laden das Savegame nein du kannst doch im Spiel laden nein das Spiel ist hinter weg denn es kann keine Daten laden die neu in Ordner eingefügt wurden bei mehr Spiele ist doch gar keine Ladenfunktion integriert da kommt das Savegame hin was machst du da? hat das Spiel überhaupt Ladezeiten? klar das Ladezeiten die je nachdem was der Rechner so kann unterschiedlich lange sind also bisher hab ich schon nicht mal anders weil sie eine halbe Sekunde lang gesehen als er geladen hat dann deaktivieren wir alle bis auf einen Kern und takte den auf sagen wir auf 133 MHz runter ich hab aber nur zwei Kerne ja dann deaktivieren den einen und takte den anderen auf 133 MHz runter ja toll dann vielleicht ja was erwartest du das Spiel? ich hab ernsthaft ich hab nicht mal eine halbe Sekunde gebraucht um das Spiel zu starten ich kann es im Spiel noch laden ja? da bist du noch mal gehen jetzt ich hab zumindest im Mullyplayer keine äh wir waren einfach mal bereit und statten einfach mal und dann immer noch weiß und ich bin bereit war ich normal blauer Junge? machen alle Team Fragezeichen komm wir gehen jetzt einfach alle zusammen in ein Team das geht nicht nein halt die Fresse ein Team dann ist das Spiel gleich vorbei du Vollpfosten jetzt klick halt auf Start Dan ich finde du denk dran wenn wir jetzt verbündet sind dann musst du dich echt in achten weil er ist recht an deiner Grenze dran bei mir ist noch ein riesiger Wassergraben zwischen bla 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 Start Dan wir laden jetzt eh das Spiel was ist das für ein Portal gewesen? nein nicht schon wieder neu anfangen oder? jetzt gehst du auf Einstellungen Spiel laden äh kann ich nicht machen funktions bei dir? spiel laden ok jetzt willst du den Spielstoff und nix hier passiert nix wenn ich draufklick passiert nix bei mir auch nix warum kann ich dann speichern? ich kann euch mal irgendwas machen damit merkwürdig moment äh äh tolles Rob geschitten halt falsches Ding ein Einzelspieler aber nicht einfach ein konkretives Aufbauszenario spiel spielen nicht eins wo man sich am Ende damit kriegen muss und wir alles töten nein oh jetzt ist es also im Singleplayer kann das Spiel nicht starten oh vielleicht doch ah im Singleplayer kann ich's nochmal laden ich hab gewonnen �αι Toll das müssen wir nochmal anfangen weil Delfino nicht verlieren wollte toll man kann es nur im Singleplayer laden im Singleplayer kann ich das jetzt laden es hängt gerade das ganze Programm tolle Wurst es sind nur Schäfte und BW gäbe nicht, ich bin hier nie vorher laden wo vorher laden was wenn ich spiel erstellen machen dann starten dr Eg Dann kann ich hier unten Spielladen wählen, bloß da ist nix in der Liste drinnen. Hä? Ich hab hier Spielladen gar nicht. Wo gehst du denn mal drauf, wenn du Spielladen? Wo gehst du denn mal drauf? Hä? Wenn du jetzt ein Spiel aufmachst, Spiel erstellen. Oh du feist, hör auf damit. Ja, Spiel erstellen und dann krieg ich dieses kleine Fenster und kann gar nix laden. Ach da. Also bei mir ist da Demo vor allem... Dann drückst du da starten. Ja, ich hab hier die Datei. Dann kriegst du ne Liste. Boah, das ist ja grauenhaft bei dir. Warst du bei mir? Ja, boah, hör auf was das sagen. Der Fehler schämt dich. Jetzt ist weg. Jetzt bin ich auch aus dem Spiel raus. So, und ich bin wieder drin. Jetzt bin ich der Host. So, könnt ihr joinen? Joined. Gut. RIP dieselbe? Ich hab sie eben Dings gepostet, du Pfosten. Hör mir doch zu. Nein, ich werde niemals zuhören. Spasti. Verbindung ist fehlgeschlagen, wollte ich bloß sagen. Dann verbinde nochmal. Ich bin schon alles nur an Delfinio. Direkte IP, Spiel beitreten. Bitte lass steuern und einfügen. Ja, das geht sogar. Man kann sogar steuern und einfügen machen. Verbinde. Verbindung ist fehlgeschlagen. Ja, bei mir auch. Was macht denn hier schon wieder? Weil du da schlecht bist. Delfinio, warum musst du auch Hestal verlieren, verloren, oder? Aber nee, da muss er das Spiel beenden. Ja, aus Versehen. Ja, 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 ja. Deine Mutter aus Versehen. Gut, dann müssen wir doch... Hätt ich einfach aus Versehen aufgeben können, dann wäre das Spiel nicht nur zu Ende gewesen. Moment, ich weiß, wo er möglicherweise sich safe lagert. So, endlich haben wir es gefunden, nachdem Delfinio... Hallo, Delfinio, verpiss dich. Kannst da Kutschis machen. Der war mit mir verbündet. Rausch ich eigentlich noch so? Hä? Rausch ich eigentlich noch so? Ich höre die ganze Zeit behauen. Mache Kutschi, der war mit mir verbündet. Nein. Ich werde nicht auf bereit klicken, solange du da stehst. Für deinen Scheiß bist du selbstverantwortlich. Das ist dieselbe wie eben, die hat er sich ja wohl aufgeschrieben. Die hat er sich nicht aufgeschrieben. Raus! Das nächste Mal battlen wir wieder ohne ihn. Oh, ich habe einen Ping von 200, 600, hui. Ich habe angefangen, hochzuladen nebenbei, deswegen. Juhu. Juhu. Oh mein Gott. Aber zum Glück bin... So, denn... Nun? Jetzt bin ich ja Delfinio, was soll denn der mit? Ich will nicht Delfinio sein. Ende das Mal. Genau. So ist bereit. Okay. So.